Moin moin und hallo zu diesem neuen Video, in diesem kurz erklärt, wie man in Remnant 2 das Amulett Götze des Todbringenden bekommt. Los geht's nach dem Intro. Um nun an das Amulett Götze des Todbringenden zu kommen, braucht ihr den ersten DLC namens Awakened King. Habt ihr diesen geht es nach Lossom und dort müsst ihr dieses Gebäude hier finden, in welchem das ätherisches Herrenhaus Event bzw. Ethereal Mana Event stattfindet. Dieses Gebäude kann in dem Ort versunkener Spuk spawnen, muss es aber nicht. Woanders sollte dieses Gebäude nicht spawnen können, da auch laut Remnant 2 Wiki die Events an ihren Ort gebunden sind. Um nun zum Ort versunkener Spuk zu kommen, gibt es zwei Möglichkeiten. Die einfachste ist es, solltet ihr das One-Shot-Abenteuer, der erwachte König noch nicht abgeschlossen haben, dieses zu nutzen. Denn hier ist der Ort, den ihr braucht, immer vorhanden und befindet sich hier. Andernfalls generiert ihr so lange einen neuen Run von Lossom, bis ihr die neue DLC-Welt bekommt. Und dann ist es zufällig, ob der Ort bei euch vorhanden ist oder eben nicht. Ob der Ort auch noch woanders in Lossom spawnen kann, sprich außerhalb der neuen Version, kann ich nicht genau sagen, möglich wäre es aber. Habt ihr nun bei euch das Herrenhaus gefunden, betretet ihr dieses und sucht dort nach einem Mann, welcher sich in der oberen Etage auf einem Stuhl befinden sollte. An diesen geht ihr nun dicht heran, welcher euch nun sagen wird, dass ihr aufwachen sollt. Nun startet das Event, bei dem ihr wieder am Anfang des Herrenhauses zu euch kommt. Jetzt müsst ihr fünf Talismanne finden, wobei der fünfte das Amulett ist. Hierfür findet ihr im Haus fünf Türen, zwei in der unteren und drei in der oberen Etage. Diese müsst ihr nun in einer speziellen Reihenfolge betreten, welche immer anders sein kann. Am besten guckt ihr, bevor ihr ein Zimmer betretet, durch das kleine Fenster in der Tür und überprüft, ob sich dort der Mann befindet. Denn wenn ja, betretet ihr dieses Zimmer nicht. Andernfalls wird euch dieser, nachdem ihr an ihn herangegangen seid, wieder sagen, dass ihr aufwachen sollt und ihr fangt wieder von vorne an. An ihn herangehen müsst ihr dann leider trotzdem, denn sonst würde es nicht weitergehen. Was ihr aber durch das Fenster sehen solltet, ist ein rot leuchtendes Item. Könnt ihr dieses sehen, beziehungsweise seht ihr den Mann nicht, könnt ihr das Zimmer betreten und einer der Talismanne einsammeln. Jetzt befindet ihr euch zwar trotzdem am Anfang des Herrenhauses, das ist aber kein Problem, denn ihr setzt eure Suche einfach weiter fort. Solltet ihr zum Beispiel schon drei Talismanne eingesammelt haben und ihr betretet dann ein Zimmer, in dem sich der Mann befindet, dann startet ihr wieder am Anfang die Reihenfolge, in dem ihr die Türen geöffnet habt, bleibt aber die gleiche. Habt ihr nun vier eingesammelt, dann betretet ihr die fünfte und letzte Tür, hinter der sich nun das Amulett Götze des Todbringenden befindet. Ich hoffe euch hat das Video gefallen, wenn dem so ist, lasst doch ein Like und ein Abo da, würde mich auf jeden Fall freuen, weil Fragen stellt diese gerne in den Kommentaren und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video. Bis zum nächsten Mal.